Zack. So, da. 48 Coal Dust. So. So. Und das müsste genau hinkommen. Nein, ich möchte nicht das, ich möchte das upgrade haben. So, ab. Hier reingucken. Rein damit. Brauche ich sonst noch nicht. Ja, diese Mine Factory, die kann ich ja auch nicht gebrauchen. So, rein damit. Und lass es arbeiten. Super. Lass es arbeiten. Richtig schön. Richtig schnell. So. Und als nächstes, ich hab's mir nämlich schon mal aufgeschrieben, ich brauche CF Powder. Da, und das macht man Clay, Sand und Stone Dust. Okay, und das kann ich mir alles, das hab ich ja sogar noch zu Genüge da. Und ich brauche eine Canning Machine. Äh. Oh, ich schreib's mal wieder. Super geil. Mhm. Canning Machine. Thin Can, Basic Machine Can, Electronic Circuits. Gut, das kann ich ja auch noch bauen. Und ich brauche einen CF Sprayer. Da. Ja, es geht ja auch noch sehr einfach. Gut. Also. Das, was ich brauche, ist alles im Rahmen. Zack. Die Teile hab ich auch. Dann kann ich schon mal Circuits und die plus Ah. Ich brauche noch jeweils einen Diamanten und ich hab nur zwei. Hm. Gut. Alles wieder zurück. Einmal Boah, ist das voll einfach nur Quantum Dust Sulfat Dust Das, das Das kann alles Rubberwood Rubberwood kann ich hier in den Extractor tun Dann bekomme ich hier nicht nur was raus und das kommt in diese geliebte Kiste Oh, die jetzt auch voll ist. Gut. Dann heißt es einmal Ja, ich hab nichts mehr wertvolles dabei. Unter Tage gehen. Mir ist aufgefallen, dass ich gerade keinen Timer gesetzt habe, sondern nur eine Stoppuhr. Das bedeutet, ich muss rechtzeitig aufhören. Naja. Ist ja auch kein Problem. Okay. 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 Runter. Schön. Hier haben wir schon einen Weg gemacht. Hoppla. Hier haben wir einen Weg gemacht und ich würde sagen, ich baue hier auch nochmal einen Weg hin. Wieso denn auch nicht, ne? Und damit geht es wieder ab nach oben. So. Ich verfliege mich dauernd, ne? Also, Orientierungssinn ist nicht so meine Stärke. Vor allen Dingen in den Städten. Auf dem Land, dann geht es. Bei den Städten, wo, was, wie, wann, weshalb, wo war, ist, äh, vollkommen nicht zu meiner Zufriedenheit. There are too many months that's nearby. Bye. Scheiß Zombie. Scheiß Zombie. Stört. Boah, die halten aber auch in Rüstung ganz schön was aus. Schön. Neuer Tag. Musst du anklopfen. Stirb so. Brauchst meine Hilfe nicht. Ich brauche aber Hilfe, ich kann nämlich nicht mehr fliegen. So. Und jetzt aber. Einmal Diamanten. Die Teile. Die Teile. Äh. Die Teile. Oder? Zack, zack, zack. Ja. Und halt Glasfaser. Ja. So. Das bedeutet. Eins. Äh. Eins. Ja, das war jetzt super genial. Gelöst. So. Dummheit muss ja wehtun, ne? Ah, Trans-Machine-Casing. Das Ding kommt in die Mitte. Die beiden Teile kommen drum herum. Die Diamanten kommen nach unten. Die kommen so hin. Gut. Teleporter fertig. Wieso habe ich jetzt eigentlich so viele Advanced-Sockets gemacht? Dummheit wird bestraft. Der Hammer kommt auch weg. So. Na? Ach, das ist anderes Wood. Cool. Dann kann ich das gleich mal alles schlachten, was ich da nicht brauche. An Wood. Und dann... Einmal komplett verarbeiten. So. Wie viel ist da schon drin? 5.000. Super. Es wird schon. Es wird. So. Canning-Maschinen. Brauchen. C-A-N-N-I-N-G. Okay. Okay. Es ist einfach nur ein etwas schnellere. So. Basic. Electronic Circuit. Sin. 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 Och. Nee. Also. Baue ich ein Metall. Hm. Nee. 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 Boah, ich bin gerade etwas, äh, naja, Matt, Metall. Ja, natürlich. Warte mal, ich habe hier doch noch, genau, Coils habe ich hier drin. Gut, es fehlt noch. Basic Machine Block. Iron Plate. Haben wir noch irgendwo Iron? Ja, schön. Kommst du auch mal mit. So. Äh. Zack. Und Toolbox. Ja, wir brauchen zwei Chests, also ein bisschen Holz. Wie viel? Achtzehn. Und... Bronze. Zehn Bronze. Fünf Bronze. Ach, neuner Reihe. Ich bin doch wirklich zu doof zum Zählen. Zack. Zehn Stück. Super. Machen wir das mal eben. Toolboxes. Ein Basic Circuit brauche ich noch. Oder... Bin ich doof und mir fehlt noch was? Ja, der Basic Machine. Aber den habe ich jetzt auch. So. Ein Socket. Habe ich doch bestimmt noch irgendwo hier drin liegen, ne? Nein, habe ich nicht. Super. Aber ich habe hier noch Kupfer. Und ich habe hier noch... Huuuuhu. Eine Schere. Obwohl die Schere... ...weiter angelaufen ist. Ähm. Ich brauche... ...drei Stück Kupfer. Zack. Und die werden geschnitten. Und dann... ...natürlich nicht in Rubber eingelegt, weil ich es gerade zufällig nicht dabei habe. So. So. Zack. Einen davon brauchen wir auch.